willkommen zu let's play minecraft staffel nummer 2 ja hallo daniel hallo dann ist auch wieder am start ihr habt gehört staffel zwei ist jetzt ein bisschen ungewohnt wir sind an einer neuen stelle kam jetzt ein bisschen überraschend wie der schlag hier aber wir haben keine lust mehr auf besonders ich habe keine lust mehr auf die alte stadt gehabt und deshalb sind wir jetzt hier sehr weit hinaus geflogen an eine neue stelle wir sind immer noch auf der gleichen map aber wir fangen komplett neu an richtig wir haben erfahrungsmitte weggeschmissen wir haben unsere items weggeschmissen lassen quasi alles hinter uns um jetzt hier in diesem wunderschönen high hills oder wie heißen die extreme hills ein neues leben an zu fangen genau komplett alles neu erst mal wie man es kennt roll sammeln und so weiter häuschen bauen ich weiß dass es dem einen oder anderen was ist das zum teufel dem einen oder anderen gefällt das sicher nicht dass wir komplett neu anfangen aber wenn uns beiden die alte stadt nicht mehr gefällt dann bringt es ja auch nichts dass das lp 100 parts lang weiterzuführen das eigentlich fangen wir hier neu an neues texture pack habe ich drin ich glaube das heißt sort text von fanware oder so ich schreibe es in die video beschreibung hat sich dran denke mir gefällt es auf jeden fall sehr gut und wir kommen erstmal holz wir sind wieder in extreme hills aber ich finde die am coolsten aber hier haben wir eine riesen freie fläche wo man füllen bauen kann und extrem hälfte sind ja das maragde nicht endlich mal einige finden zum taktischen wir leben zwar zusammen in der nähe aber bauen uns direkt von anfang an separate häuser genau dass ihr bescheid wisst aber ich wäre immer noch dafür wenn wir ein großes lager bauen demnächst ja wenn es dann mal so weit ist ja 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 so erst mal das kommt das finde ich mit dem text nicht so gut das holz sieht man nicht so gut auf dem inventar ja wo kommt der denn her keine ahnung müssen wir auf jeden fall aufpassen jetzt sind überall durchgänge offen im boden finde ich habe fast den 23 mal in loch gefallen menschens kinder menschens rinder es gibt noch eine neuerung bei dieser bei staffel 2 zumindest bei mir auf sofort spiele ich minecraft nackt also ich sitze nackt vom pc und nehme nackt aus alter nein mann spaß das war spontan davon hat er mir vorher nicht erzählt er ich freue mich natürlich das zu hören ja mit schwanz kämen denn alle können die guter schon mal nach gesehen haben wissen wie lustig das sein kann aber es geht so weiter also wird hier wieder gemobbt und gedisst von allen mitspieler kommen natürlich auch wieder mit igi und so denke ich mal sorry übrigens an igi denn ja er weiß gar nichts er war ja er war ja im letzten part quasi dabei und hat da angefangen unsere burg die wir da verkackende weise angefangen haben zu bauen hat er ja quasi verschönert und ja das ist jetzt out das thema ist gegessen so viel dazu habe ich schon arsch voll kohle übrigens du hast den arsch voller kohle ok ich habe quasi kohle gefunden habe mir die dann in der arsch gesteckt ja cool ok ich freue mich dass sich das auch so freut wie mich aber was mache ich denn ja ich bin immer noch so nutmäßig drauf ich habe die verrückte erungenschaft waffen war umfassbar werden 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 für bergten wo ich bin cowboy wo gold xp sieht mit dem täckte komisch aus so hell muss ich mich dran gewöhnen ihr auch kaum mehr du scheiße jetzt läuft das da hoch gibt es doch nicht ich glaube die brennte kittel Zwei Werkbänkelchen sind schon am Start Ja, damit geht's auch weiter mit den Verniedlichungen Natürlich Habe ich ja ein bisschen in letzter Zeit schleifen lassen Mein schwules Vokabular Du meinst dein schwules Vokabulärchen? Genau Siehst du, ich muss wieder reinkommen Haha, reinkommt Will ja nicht zu viel kaputt machen Da war doch eben irgendwo ein Durchgang Oh, ein kleiner Teich mit einer Kuh Hast du eine Idee, wo du dich niedersatteln möchtest? Ich weiß es nicht, ich glaube ich gehe auf den Berg Vielleicht kann hier einer Einer, gut, dann bauen wir wieder so einen Weg Aber eine riesen Brücke wäre geil Aber so eine richtige Brücke, nicht so einfach so ein Steg in der Luft Ja, ja, habe verstanden Wie du das so schön gebaut hast Habe verstanden Mit sehr schöner Habe verstanden Ja, okay Du meinst der eine auf die eine und der andere auf die andere Seite? Genau, und dann irgendwann Falls wir irgendwann doch Freunde wären Können wir da eine Brücke durchziehen Du meinst, falls wir mal warm werden miteinander? Ja Schön warm Oder gehe ich auf Fakt, du suchst dich einen Berg auf Berg auf Ja, bergaus halt Direkt entscheiden, ohne erstmal hier abstimmen Das habe ich immer früher in der Schule, Karls Wenn man in Jugendherberge oder Ausflug gemacht hat Direkt im Zimmer Nee, das habe ich immer Ja, Karls Die gehen dann Stürzen sich dann direkt auf die Betten Anstatt einfach mal Erstmal demokratisch zu entscheiden Da kann man nicht demokratisch Jeder Spass will oben liegen Ganz einfach Ja, aber trotzdem Das habe ich immer gehasst Weil du der Schwächere warst Nee 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 Das lasse ich so nicht stehen So Hast du dann auch zu den Jungs gesagt In der Jugendherberge? Wenn die dann über dir im Bett lagen Oh, den kann ich aber so nicht stehen lassen Ja, nein So Ich muss essen Dazu brauchen wir erstmal ein Öfenschirn So So, dann bist du es ja schon gewohnt Ich habe mir einen Berg ausgesucht Was zum Teil, was ist das denn? Ich mache jetzt einfach mal hier Oh, es wird schon wieder nach Wir machen es einfach demokratisch Und sagen, der, der zuerst oben ist Der darf ihn haben Ja Ich habe jetzt mal Dings geholt Als Brennmaterial Holz Toll, wie kommt man da hoch? Wo bist denn du jetzt hochgegangen? Nicht das schon sonst Ich bin schon oben Ja Schön für dich Und dein Bett steht da hinten Und es wird Nacht Wollte ich nur mal so gesagt haben Ich habe schon genug Wolle Und da ist ein Enderman Habe ich nicht eher Schwert, habe ich Aber ein verkacktes Holzschwert Warum habe ich mehr Ja, geil Okay, kein Ding So Hier oben Oh, das ist der Berg, wo unsere Betten stehen Na super Toll, da wollte ich nicht Das ist gerade der Berg, wo wir angefangen haben Dann gehe ich da hoch Auf den anderen Bergen Ich will den nicht haben Kannst du haben Ne, 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 ne Werde ich nicht Der ist scheiße Warum? Der ist scheiße Die Betten haben wir übrigens hier hingestellt Dass wir einen neuen Spahn haben Dass wenn wir jetzt sterben Dass wir dann nicht zu unserer altgewohnten Güte kommen Ja klar Genau So, was haben wir eigentlich vor? Besonderes Staffel 2 Eigentlich nichts, ne? Ja, wir können unsere Skins bauen So Ein Schäfchen noch Ein Hühnchen Zwei Hühnchen Oh, da hinten ist ein Zombieschen So, ich gehe dann Wo ist jetzt der Berg? Ich habe mich verlaufen Papi Okay, die sind komisch aus Die Zombies hier Okay Bin Monsterjäger Oh, das XP übersieht man voll, ey Das lasse ich mal spielen Also doch, ich bin eigentlich doch zufrieden mit dem Berg hier Okay Okay, dann komme ich mal Gehe ich mal zu meinem Berg, Hora Wie kommt man da hoch? Ja, mit Es ist Minecraft, oder? Oh, da ist ja Büste Ja, ich will aber einen Weg hoch Nicht einfach hoch bauen Ich habe mich versprochen Rala Makasele Wie kann man sich da versprechen, Alter? Rala Makasele Bam, bam Zerberzt das Schwein Ja, da kommt man doch irgendwie hoch Wer werfe ich dich gleich mit Eiern ab? So, 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 so Dann dürftest du ja nicht allzu viel Munition haben Ha, 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 ha Nö Aber ich habe zwei große Eier Auf welcher Sichtweite spiele ich denn? Äh, nochmal, ja, reicht Achso, das ist mittlerweile auch 1.5.1 Richtig Ah, da hinten ist Beste Beste Ich glaube, ich treffe dich nicht Oh, zwei auf einmal Ah, fast Kommst du jetzt doch zu meinem Berg, oder was? Ne, ich habe ein Ei hier rüber geworfen Hat aber nicht getroffen Vielleicht von da? Was willst du denn? Wo bist du denn schon wieder? Auf dem anderen Berg Ja, da? Ah, ja, tata Toll, der ist ja klein Was soll ich denn da bauen? Oder es geht Ne, 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 der ist groß Ähm Ich habe natürlich jetzt keine Kohle Ich könnte mich im Grab Im Grab Im Berg ein bisschen Bisschen umgucken Das mache ich, glaube ich, auch Die Pussys bauen direkt erstmal ein Bett und ein Haus Ich gehe direkt meinen So Du willst nur, dass du, wenn du stirbst, direkt wieder zu mir kommst Genau Ich muss jetzt erstmal was trinken So Aber direkt hier am Berg runtergraben ist auch behindert Ich gehe das ganz gechillt an, merke ich gerade Ich lasse mir da Zeit Ich muss erstmal die Ideen sammeln Ich gucke mir den Berg genauer an Und dann Baue ich dann wieder ein hässliches Haus hin Monster Achievement, Baby Was ist das denn? Das ist dein Slime? Ah, ne Oh, bedan Bisschen Da ist Cola Cola und Eisen Ist immer ganz wichtig am Anfang Aber wir machen das hier Also, wir spielen schon zusammen, wie gesagt Aber Jeder baut erstmal für sich so ein bisschen Richtig Aber wenn jemand was braucht Dann kann man ja ein bisschen verhandeln Und irgendwann bauen wir ein großes Lager unten hin Wo wir dann alles verstauen können Bisschen dann auf wichtige Sachen Wir gehen auch mal Wir gehen auch ab und zu zusammen, meinen Ja, was heißt das? Natürlich Wir werden, denke ich, auch Wenn es in größere Caves geht Werden wir hauptsächlich zusammen rumrennen Hoffe ich doch Ich gehe jetzt kurz mal ein bisschen Erkunden, die Scheiße Mache ich irgendwie am liebsten Erstmal zu Scheiße erkunden Ja, genau Ja So Bevor es erstmal richtig losgeht Mit dem Bauern erstmal Das Abenteuer suchen und die Gefahr Hörst du mich Gefahr? Ich lache dir in Sicht Wow, ja Nee, ich bin gerade Erkennatet Ich bin hier gerade Bisschen Und werde von zwei Krippern akkert hat hier der attackiert krepp hat oder ist eine mine also ein dings kiff ein loch besser gesagt er lacht nicht bei dem wort noch was los mit dir ich habe ich bin etwas nicht abgehärtet ok was essen weil sonst wir das nix aber du bist ja voll unvorbereitet alter wer ich ja ja ich weiß habe ich eben schon gebaut werkbänkechen ja ich weiß im ofen habe ich auch eben schon gebaut aber egal legt mir die kümmer wenn es nach mir geht können wir uns ins bett legen alter ja wenn es mal nach mir geht nicht ich bin die Tolle es wäre fett wenn es jetzt Tag mehr wieder wie wär's denn mal mehr so genaßen ich warte auf dich nee ich bin wieder weg er kann zu lange warten ich bin nicht mehr zusammen Kollege der Rentsche AHA AHA die also doch so weit Prozent steig brauche ich dann gucken wir mal was wir da so haben ich brauche baum ich hole mir baum hallo baum geht's gut hier geht es gut ich habe umgefunden ja das eisen sieht noch ein bisschen komisch aus mit dem text aber ich brauche noch eine schaufel die sonne genau da war doch irgendwo kohle also ich finde das texture pack sehr schön tatsächlich ist ja um die kräfte so was ist es wird nicht so wackelt wie es mit controller er hat ein lenkrad